Sa. Mmh... Oh. Lock ihn hoch. Hier. PG, okay. Aber gut, mh mmh. Flash is Flash. Ja ja. Der hat gelitten. Der Kollege. Die hat auch gelitten. Ja. Was spawnt denn der Tentakel da? Ich hab sie hier gedw-ed, was ein Tentakel spawnen sollte Das ist alles wegen deinem Tuch So, ich hab nur ein W Oh, come on, was ist das für ein Movement? Aber eh immer nicht, W spawnt auch gar kein Tentakel Das lässt nur die Tentakel slammen Okay Ja, aber... Schön, schön, schön Vielleicht noch ein, ne Lock Leu, Zoom, Zoom Der Septierung Der Zoom, Zoom, da einfach nur weg Mh... Wieso hab ich sie da nicht getroffen? Mh... So close Ich hab... Ich verbezeugt, ich hab... Mh... Da hab ich noch mehr Damage machen können Na gut Na gut Und... Oh, damn 4 HP Ich glaub, er fällt schon mit, let's go Und... Reicht doch, Andi, ne? Wenn's mehr als eins... Ja Wenn's mehr als eins ist Wenn's mehr als eins ist Ja Wenn's mehr als eins ist Jetzt hier blocken können, ne? Nein, ich... ich... ich kam gerade erst... nein Nein, nein, nein Ich kam gerade erst Ando, ich... das hier gerade aufgewacht Frisch ausm Winterschlaf... äh... shoppen... ja... ne? Ja Nein, ja Nein, 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 nein Ich durfte verstanden Mh... Oh! Oh! Ich sterbe auch, ich hab den auch geholt Schöne Hupf Oh! Einfach gesnackt Nicht der Kripp Oh! Good stuff, good stuff Mhm Ach... Oh! Nee! Nee, nee, nee Ah, der ist so low, ne? So low Geht nicht, der geht nicht No boss Kann nicht, ich bin... ich bin... ich bin auch schon out of range gewesen Nee, ich knock dich, Kollege, ich knock... Ich knock... Okay Okay Ich knock... ich... ich knock... na... hm... wichtig, Minions und so, ne? Ich hab Lust jetzt mit dem Schneeball reinzugehen und zu ulten Ja, ich hab meine 10 Oh, noch ein bisschen Ich hab W gemacht und ich durfte nicht attacken, weil ich so viel CC war Oh, da ist der Slam 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 Schade Oh, der Cutter Flash Das ist so... Das ist so weird, Mann Wie du reinflasht, jumpst und dann so... Oh, da ist kein Damage Oh, da ist der Slam So gut, ey, das sieht so dumm aus Ah, genial Fühlt sich auch dumm an, aber hey Ja, da kommt noch Der Damage Weißt du, es ist so richtig schönes Play, gut gespielt und es passiert einfach nichts, wenn du ein Tank bist Ja, gut Äh, gut Wir bräuchten 800 Mh 300 kannst du in der Base warten, oder? Okay, ihr habt das, ihr habt das, ne? Oh, ihr habt mal, ne, was meint? 300, 277 Ja, schon viel Ich komm Nein, 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 das ist richtig, ne? Passt schon Ja? Ja Ja Nee, komm Also Es war schon sehr cocky, was der da macht Ich kenne diesen Heal Danke He, so stupid Aaaaah Guck mal in der Höhe, warum rennt ihr weg? No, der, ah Er ist ein Malfit in uns reingejumpt, das war Ja Ja Ich hab halt auf dich eh gespammt und als ich angefangen habe, wirst du weggelaufen und dann halt Ja Aber schön, immerhin noch hier, immerhin noch hier Der, der, der kommt, den nimmt er auf Die ganze Zeit zu low, der Kollege Nice, nice Der Tentacke kill Autsch Tentacke Uuuuuh Hehehe Dafür wirst du direkt geslappt Hehehehe Dafür wirst du erstmal geslappt Ah Gott Verdient, muss man sagen, verdient Okay Ja Ja Es tut so weh Es tut so weh Es tut so weh Schönen Na gut Na gut, das geht めて Hehehe Hehehe Oh Na na na, da na, me na na ua Befett Ich hasse diese Files, wo ich gerade so zum Ulten komme, auch irgendwie drei Leute treffe, Tentaklen spawne und dann einfach zezählt werde und umfalle und quasi null Damage mache, weil ich gar nicht dazu komme, was zu machen. Ja, aber ne, warte, wie hieß denn? Da. Boots sind overrated. Let's go. Ja, ja, wer braucht die schon? Schade, schade. Wie viel Scheiß auf ihn einfach zugegriffen. Ja, wie nichts trifft er jetzt. Mh… Mh… Dann… Na! Das ist ganz krass von der Fall. Schön, schön, schön! Ach… Also Lowy healt übrigens auch überhaupt nicht und macht auch keine Schilde, das kommt alles nur über Items oder Kills Wenn du mit deiner Q triffst, macht das ein Heal Stimmt, ja, die Qs healen und die ganzen Tentacles Ja, ich kombi dazu nichts Ja, die Combo Malphite Dings ist also Ich habe einfach von Nico fast 700 Schaden genommen und den Rest dann so ein bisschen verteilt von den Leuten Aber wir brauchen HP und Magic Resistance, das ist fine Ja, ja, dann ist das fine Wir machen die beiden nichts mehr An HP arbeite ich ja schon Ja, ich auch so ein bisschen Also nicht so richtig Warte mal, wir haben ja gar nicht so viel AP Damage, kann das sein? Ne, haben wir nicht Solltest du hier auch eigentlich AP gehen? Ja Ach Der Morde da hinten Ja, erstmal hier hinten, genau Der Morde Ja, das arme Minion kloppt Gerade hier die Fist Na gut, den kriegst du aber, ne? Ne Ne, den krieg ich nicht Noch krieg ich ihn nicht, noch nicht Der hat die Boots gegen mich und Jukshow macht ganz schön viel Damage Ne, ich brauch zwei, drei Items Drei vielleicht, also wenn ich jetzt Spilled Visage noch hab, dann mach ich ihn, glaub ich Da, Gott, der wird Bring nur noch was Was hast du geschrieben? Bethesda Starfield Trailer What? Ah, hat den Link geschickt wahrscheinlich? Ah, ja, 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 ja Ne, ne, links im Stream, ne, 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 ne Ne, das dürfen nur Mods, ah, am besten auf DiscoPost Darf ich, darf ich jetzt, da Ich bin ganz LCC Ja Ich, ich kann nichts, man Ich konnte auch keinen einzigen Spellkasten, nachdem ich los ging Ich hab, ich hab sogar die Combo abgewartet und danach reingesprungen Ich wurde trotzdem bis zum Ende CC'd Nicht lang genug gewartet Ja Ich hab schon vier Sekunden gewartet Dann nach Kharkam kommt, Nahr kommt, ne Niko Old kommt Ich hab halt vier Sekunden schon gewartet Und wenn ich sieben Sekunden warte, dann fängt der sowieso an wieder anzunörgeln Ja Naja, das ist der Unterschied Nein, du bin ich aber Run Nein, nicht Ich bin einfach zu doof, ne Ich kann nichts tun gegen ihn Er drückt einfach den ganzen Q Sonst bringt mich einfach um Oh, die geht zu laut, das ist illegal Oh Ich kann halt auch irgendwie 37 Tentacles spawnen Oh, so eingeklemmt, Alter Und dann ultet er mich einfach und alle Centackel sind weg Das ist, ja, wahrscheinlich ist er das auch für dich auf, ja Ja Nee, ich hab halt, ich ulte und dann hab ich kein Damage mehr Und alle anderen außerhalb nehmen keinen Damage durch meinen Shit Und dann ist er das auch für mich Oh, die Schülle Oh, die Schülle Oh, die Schülle Blubst, oh Gott Oh Gott Oh Gott Blus auf, du Ah, 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 ah Der Abagad hat getroffen, ok Warum macht der mir soviel Schaden dort ich hab keinen Schimmer das ist das naja mal gewinnt man, mal verliert man das ist wie das das ist wie das ich geh rein oh Fluxer ich komm mit glaub ich ja doch ja er ultet mich instant wenn ich ulter ha der will das ich der hebelt sich damit einfach raus oh god und dann lerne ich in der Neek ult wenn ich raus kann ja ja wuh ja ihr müsst irgendwie dann den Rest machen weiß ich nicht das wird immer passieren und ich kann gegen ihn lange leben und so aber ich kann halt ihn nicht besiegen wenn er Tanki geht ich möchte das load ja ja wir können surinern komm eins eins machen wir noch komm komm ja ich weiß stream aber komm eins 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 machen das ist ja hier das ist ja Trauerspiel